Hallo und herzlich willkommen bei Camping Kinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Diese Podcast-Folge wird freundlich unterstützt von Campidu, dem Experten für besonderes Campingzubehör, coole Deko, personalisierte Sonnensegel und mehr. Alles ausgewählt von Campern für Camper. Produkte, die dein Campingerlebnis noch individueller machen, entdeckst du bei Campidu mit Doppel-O.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Campingkinder-Podcast mit unserem Sonderformat, dem Campingkinder-Platz-Check. Ich bin Eva von Champing. Und ich bin Inge von Luftschlossliebe. Und Eva war auf einem Campingplatz, den ich schon wieder kaum aufsprechen kann. Es ist der Seeuseküste in Renesse. The Seeuseküste, also die Seeküste, so mehr oder weniger. Und ja, auf jeden Fall in Seeland, in Indienlanden, in der Nähe von Renesse. Sehr, sehr schöner Platz. Und er ist angenehmer zu besuchen, als auszusprechen. Ah, okay. Ja, das ist nicht so ganz schwierig. Erklär doch mal kurz, wo liegt er genau? Also, Seeland ist ja in den Niederlanden direkt an der Nordsee. Und auch dieser Platz liegt direkt an der Nordsee. Gegend um Renesse. Das heißt, wir ziehen eine gerade Linie von Düsseldorf einmal rüber zur Nordsee, quer durch die Niederlande und landen ungefähr in Renesse. Okay, jetzt sag mir nochmal eben direkt an der Nordsee. Was bedeutet das genau? Habe ich einen Stellplatz direkt am Wasser? Oder wie weit ist es vom Stellplatz? Wie komme ich da hin zur Nordsee? Also, in der Niederlande wirst du sehr, sehr wenige Stellplätze direkt am Wasser finden. Vor allem direkt an der Nordsee, weil die sehr hohe Dünen haben mit sehr hohen Deichen, damit das Land, was unterhalb des Meeresspiegels liegt, nicht absäuft. Das heißt, du stehst nicht direkt am Wasser, aber in Laufentfernung. Also, du kannst über den Campingplatz laufen, dann kommt eine hohe Düne und dann bist du direkt an der Nordsee am Strand. Was würde ich sagen, von den Campingplätzen oder vom Hauptgebäude aus, man hat ja an verschiedenen Stellen die Möglichkeiten zu stehen, also vom Hauptgebäude aus laufe ich mit Kindern dabei, vielleicht 10, 15 Minuten. Dann stehe ich aber auch mit Blick aufs Wasser. Okay, gut. Das heißt, es ist ja tatsächlich nicht so weit. Und der Weg ist kinderwagentauglich? Ist kinderwagentauglich und du kannst da halt auch mit dem Fahrrad langfahren. Also, das ist auch eine ganz klare Option. Sehr gut. Wie ist es denn mit der Größe des Platzes? Hade ist schon nicht klein. Es gibt viele Möglichkeiten für Häuschen und Chalets. Und er erweitert sich seit, ich würde mal sagen, drei Jahren jedes Jahr um weitere Optionen. Zusätzlich zu den Chalets hast du sogar ein Hotel vor Ort, in dem du übernachten kannst, so richtig mit Zimmern. Aber auch die verschiedensten Arten von Stellplätzen und da wird es immer mehr. Und ich würde schon sagen, dass es eines der größeren Plätze ist. Ah ja. Wie sieht es denn mit den Sannis vor Ort aus? Wunder, wunderschön. Also wirklich traumhaft. Du hast für den Campingbereich ein großes Sanni, was einen Gemeinschaftsraum hat, so mehr oder weniger, wenn du reinkommst. Mit einem riesengroßen Tisch und der Möglichkeit, da rumherum zu sitzen. Zeitschriften, einem Kaffeeautomaten, wo du dir umsonst Kaffee ziehen kannst. Und drumherum gehst du dann in die einzelnen Sanitärbereiche. Aber da hast du Spülfläche, Spülmaschine, die Möglichkeit zu waschen, Dusche zu benutzen, Kinderbad und ähnliches und alles in... Also so einen Tisch hätte ich halt gerne bei mir zu Hause. Das sieht so ein bisschen aus wie Treibgut, aber ganz, ganz, ganz groß. Und es ist alles auf Schick. Schäbischick ist das falsche Wort. Schäbischick hat ja so weiße Töne. Es ist rustikal, aber sehr, sehr, sehr edel. Ja, aber kann ich mir trotzdem ganz gut vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie man diesen Stil nennt, aber es klingt schön. Wie sieht es denn mit der Remi-Demmi-Skala aus? Du hast die Möglichkeit, dir da richtig was zu geben. Aber es ist auch so, dass du die komplette Ruhe finden kannst, wenn du das möchtest. Also du kannst beides machen. Du hast die Möglichkeit, an jeglicher Art von Animation teilzunehmen, die in den Ferien und an Wochenenden angeboten wird. Du hast einen riesengroßen Spielplatzbereich draußen mit, ja, Interaktionen von, kennst du diese Spielbögen, die mit einem reden und so, wo du dann so Spiele spielen kannst. Auf der Krim in Texel war auch sowas. Ah ja, genau, wo man so drauf springen kann. Genau, die haben so einige Sachen, die halt so interaktiv sind. Die haben aber auch ganz tolle, lange Holzklettergerüste, die super in Schuss sind. Also das ist relativ neu und frisch gemacht. Die haben da wirklich Geld investiert und draußen gefällt es mir schon mal sehr, sehr gut. Drinnen hast du einen relativ kleinen Indoor-Bereich, der meiner Meinung nach auch nur relevant ist für Kinder bis Grundschulalter. Für alle anderen nicht. Du hast ein Kinderkino, was ganz cool ist. Du hast eine wunderschöne Aufenthaltshalle mit eigenem Kamin, wo du drum herum sitzen kannst. Das fand ich sehr, sehr schön. Und du hast ein tolles Schwimmbad mit Innen- und Außenbereich. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und für das Jahr 2025 planen die, noch zusätzlich eine Wildwasserbahn anzuschließen und einen größeren Bereich für Spielemöglichkeiten für die Kinder. Ob das In- oder Outdoor ist, weiß ich nicht. Die Pläne sind momentan gerade erst veröffentlicht worden. Ich würde sagen gestern. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Optionen, die mir sehr gut gefallen haben und die mich wiederdenken lassen, okay, 2025 wird mich der Platz definitiv nochmal sehen. Zusätzlich dazu hast du einen großen Animationsraum oder so eine große Halle, wo immer wieder was stattfindet. Du hast eine Bimmelbahn auf dem Platz. Liebe ich ja. Sowas ist für mich ja eine ganz, ganz großartige Nummer. Und du hast aber auch ein Angebot für Kinder, die über Grundschulalter sind, was Animation angeht. Also da sind so Gruppengeschichten und so, die auf jeden Fall nicht unspannend waren. Und gibt es für Erwachsene auch irgendwie noch ein Spezialangebot? Du kannst da Wellness machen. Du hast die Möglichkeit, dir da Fahrräder auszuleihen. Wenn du Mitglied der Leading-Card-Gruppe bist, dann kannst du dir vor Ort sogar kostenfrei ein Fahrrad pro Karte ausleihen. Das hatten wir damals gemacht. Und ein Fahrrad bedeutete für uns ein Familienlastenrad, wo zwei Kinder vorne drin sitzen konnten und was ich dann fahren konnte. Das konnte ich kostenfrei dafür mitnehmen. Du hast die Möglichkeit, dass du natürlich die Stadt und ähnliches besuchst. Und wenn du möchtest, kannst du dir das All-In-Programm geben mit Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet und Abendsbuffet. Wir haben das nicht getestet. Ich habe das Frühstücksbuffet gesehen und fand es fantastisch aussehend. Wir haben einmal in dem Restaurant gegessen. Nicht Buffet, sondern à la carte. Und das war hervorragend. Aber es kostet auch alles sein Geld. Ja klar, das ist halt einfach immer die Sache bei den Plätzen, wo du halt ein super Restaurant hast. Das kostet entsprechend, als wenn du ansonsten ins super Restaurant gehen würdest. Genau so sieht es aus. Das ist halt leider so ein bisschen das Problem. Wie war denn die Atmosphäre auf dem Platz? Das gefiel mir sehr, sehr gut. Die Leute waren total offen. Sowohl die Personen, die Gäste waren, als auch ganz besonders das Personal. Die fand ich unglaublich herzlich. Gerade auch die, die in Kontakt mit den Kindern waren, waren sehr, sehr, sehr herzlich. Ich weiß nicht, wie sprachorientiert das Angebot sonst ist. Bei uns gab es halt ein internationales Programm, also die Animateure waren in der Lage, Deutsch, Englisch und Niederländisch zu sprechen. Was natürlich nett ist. Ich glaube aber, dass es sehr davon abhängig ist, wer da gerade als Animateur ist und was der tatsächlich an Sprache mitbringt. Für uns gab es das international. Genau, das ist ja auch immer so ein bisschen auf allen Plätzen, glaube ich, so. Ich habe immer den Eindruck, die machen da einen Ferienjob, viele Animateure oder verbringen ihre semesterfreie Zeit da. Und dann im nächsten Jahr sind wieder andere Leute vor Ort, die vielleicht dann andere Fähigkeiten mitbringen. Aber du hast es gerade schon mal kurz anklingen lassen. Du könntest dir vorstellen, nochmal wiederzukommen? Definitiv. Ich könnte mir das nicht nur vorstellen, sondern das ist Pflichtprogramm. Da werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Gerade mit den ganzen Neuerungen, die ich ausgesprochen spannend finde. Ich fand es schon vor den Neuerungen super spannend. Und das, was jetzt da umgebaut wird, ist halt immer, die geben da richtig Gas. Und das ist immer sehr edel, aber wie schon das Waschhaus beschrieben, trotzdem irgendwie bodenständig. Also diese Mischung ist halt was, was mir total gut gefällt. Und die sind halt in ihren Angeboten wirklich ganz, ganz nah am Gast. Du zahlst für alles wirklich Geld. Also es ist kein günstiger Platz. Aber der Aufenthalt war es wert und wird es auch wieder wert sein. Und der Platz werden wir definitiv nochmal hingehen. Die haben halt so durchdachte Dinge, wie auf den Stellplätzen, dass du da, wo du stehst, auf, also du stehst an so Kunstrasen, der eingelassen ist in normalen Rasen. Und dieser Kunstrasen, wo du dein Vorzelt zum Beispiel hinstellst, ist so ganz leicht buckelig. Also oben mehr als unten. Also wie so eine Haube, so ein bisschen. Ganz leicht abschüssig, was natürlich bedeutet, dass in deinem Vorzelt kein Wasser steht. Finde ich super schlau durchdacht. Und solche Dinge findest du halt an ganz vielen Stellen. Also es ist wirklich immer, dass jemand, der tatsächlich kämmt, darüber nachgedacht hat, wie man das so angenehm wie möglich gestalten kann. Aber das find ich ja immer toll, wenn einer so richtig mitgedacht hat. Das merkt man ja immer sofort. Das ist immer echt schön. Und das merkst du da an ganz vielen Ecken. Wen würdest du denn hinschicken? Familien und Alleinreisende. Beide. Also ich würde auch sagen, ohne Kinder hast du da auch einen ganz fantastischen Urlaub. Gerade weil die Gegend super angenehm ist, weil das so schön gestaltet ist, weil du dir auch die Ruhe geben kannst, wenn du das möchtest. Aber mit Kindern da auch richtig Gas geben kannst. Und wenn du Seelandluft schnuppern willst, ist das ein fantastischer Platz. Leute mit Hunden. Das ist nämlich einer der wenigen Plätze, die dort in Seeland in dieser Art und Weise auch für Hundehalter geeignet sind. Also die Hunde sind herzlich willkommen. Auch da wird überall deutlich drauf geachtet. Du hast aber auch ohne Hunde nicht das Gefühl, dass du hier auf der Hundewiese stehst. So mehr oder weniger. Ja, das ist ja manchmal durchaus der Fall. Ich glaube, es ist für jeden, was dabei, der bereit ist, das Geld auszugeben. Ja, das klingt wirklich gut. Ich habe den auch schon lange auf meiner Liste. Mal schauen, ob sich das vielleicht für uns nächstes Jahr auch mal ergibt. Dann bin ich gespannt. Sag Bescheid. Wir schließen uns an. Ja, sehr gerne. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcast gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hey. Itu weiterer.